Also, ich habe aus meinem Goldeneck ein Golden Unicorn bekommen. Holy cow! Gibt cool aus, oder? Teile, der Kuh, meinst du so krank? Er bräumt es einfach und ich nicht. Das ist meins, ich habe es noch nicht gezeigt. Ah, das hat Daniel sich gerade gefragt. Ja, oh nein. Nein. Also, Katja, komm, ich kenne da Trance, ich kenne. Ah, so fällig.